Hi zusammen! Ich bin wieder unterwegs. Jetzt gerade sitze ich an der Ostsee in der Nähe von Kiel, also La Boe. Da habe ich für heute meinen Campingplatz und radle jetzt an der Küste entlang Richtung Rostock. Das Wetter spielt mega gut mit, also man sieht es vielleicht im Hintergrund den schönen Sonnenuntergang. Ich bin eigentlich super happy, dass es so cool ist alles gerade und hoffe, dass es so bleibt. Hallo! Wie man unschwer erkennen kann, bin ich in Lübeck und habe gerade mit dem Finn gesprungen, über Open Science, bessere Wissenschaft und wie wir in Zukunft Dinge besser machen können und ich freue mich richtig darauf, das Interview mit euch zu teilen.